ja herr willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zu let's play health of graces f in der letzten folge haben wir teils erst du erreicht haben gegen malik gekämpft in einen skidkampf ich glaube so heißen die dinger haben eine quest für psai erledigt wo wir einen ersatzteil finden mussten und jetzt haben wir noch die aufgabe uns zum schatten langer zu geben damit wir endlich von vordra verschwinden können nicht dass ich den planeten nicht leiden kann ich liebe die musik hier ganz ehrlich aber am besten ist es am schönsten ist es doch immer noch zu hause außerdem ist unsere welt irgendwie so gerade am frecken deswegen das dauert anscheinend noch lange oder kleine dinge aber los ich habe eine welt zu retten was ist es 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 Alles, was wir zusammengekommen haben. Ich denke, wir haben viel gemacht, oder? Ja, wir haben sicher. Aber das ist ein bisschen wunderschön zu denken. Hast du sicher, dass alles okay ist? Ja, natürlich. Wir sind alle bereit hier! Ja, wir sind alle bereit. Ja, wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit. Als Fodorin-Surviver, es ist meine Aufgabe, dass Lambda für seine Verhältnisse gebracht wird. Mit dem Sinn, würde ich mich mit Ihnen beherren? Ich werde alles, was ich kann, um mit Ihnen zu helfen. Ich bin sicher, dass meine Fähigkeiten und Wissen Sie sich für Sie wichtig werden. Bitte, ich bitte Sie. Ja, natürlich. Wir würden uns gefühlt haben. Du kennenzulernen über diese Situation ist sicher zu kommen. Du bist sehr nett. Ich gehe zu Athenia mit diesen schönen Leuten, Psy. Bitte bemerke mich an die Dinge, während ich weg bin. No matter was passiert, wir müssen Lambda... ... und Richard. Richard, du warst für eine Welt ohne Konflikt. Und zwar deine Aktionen versuchen es zu zerstören. Ist Lambda kontrolliert dich? Oder bist du auf deine eigene Freie Wille? Und wenn so, welches Aktionen werde ich nehmen? Ich glaube in Richard. Und ich glaube, dass er sein kann. Ich glaube es, weil ich muss. Alles klar. Lass uns raus. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Zu Athenia. Ja. 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 Seid ihr bereit? Warte. 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 Was ist was? Wer von euch ist Psy? Psy, wo bist du? Psy, wo bist du? Na gut. dann gehen wir mal wiedersehen zwei als haus und zurück nach ich bin ja und abgetaucht ob das gut geht wir haben das cocoon we Dann springen wir. Ich dachte, er würde sagen, sollen wir springen. John, ich möchte etwas probieren. Phew. Okay, der Schuss noch funktioniert. Ich wollte nur sicher, in case wir brauchen, zu hier rauskommen. Diese Kuckung provides Lambda mit einem Ort zu reconstruieren sein Körper, ohne irgendwelche Interferenz. Wir sind sicher, zu beherrachten viele gefährliche Monster die sich aus der Lampen von der Lampen. Also, die außerhalb der Kuckung Wir sind nur ein Warm-up. Es macht keine Unterschiede, welche Terroristen liegen und für uns warten. Wir können nicht aufhören, unsere Welt der Weg von Fodra zu lassen. Wir müssen Lampdai auf alle Kosten stoppen. Alles klar, lass uns gehen. Okay, was geht? Auch mal zu Wort kommen. Oh. Wow. So does that mean you always know where he is? No. I can't really... It is not capable of isolating Lambda's position. The signals emanate from Lambda in a concentric manner. This makes it possible to calculate a rough distance, but not to isolate the point of emission. So what you're saying is it's not possible for her to actually know where... I've made myself clear. We can't talk. Okay. Na gut. Dann, lass ich mal kurz noch reingehen. Verdammt. Wir können ja nicht wegfliegen. Verdammt. Warte mal. Wir können ja nicht mal kurz wegfliegen. Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen rumlatschen, so wie es aussieht. Jetzt ein Gasthaus. Was? Okay. Dann, weiß ich nicht. Wäre nicht schon wieder. Wann mach ich hier? Egal. Okay, da sagte sie, wir können ja kurz wegdüsen, aber anscheinend nicht. Geh mal weiter. Nehm ich an. Na gut, Lambda, wo bist du? Komm raus. Ich mach dich fertig. Aber erst mal richtig fertig. Es ist das erste Kampfthema wieder. Das Kampfthema von Launt. Ja, das war ein Gott, habe ich zu sprechen. Wer hältst, hab willst du denn? Komm wieder! Ich muss das nochmal durchsprechen. BAMS! Oh, das ist BAMS! Was? Ich hab die Kunde jetzt das ganze ein. Ah! Ha! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So, am besten noch hier die Dinger 5 bringen. Und dann weiß ich nicht. Das ist der fünfte Part hier. Ich nehme immer so fünf Parts für die Woche auf. So mitten in der Woche. Deswegen will ich so ein Venedes Schwachpunkt bleiben. Aber einfach so. Äh, weiß ich nicht. Ich muss sie noch ein bisschen suchen. Noch mal ein Fünfzebend-Bubrio. Ich muss ein Ketschen hier. Aber nein, dass er sich bisher hat. Ne. Verdammt. Ich sprich von anderen Espaern-Clown. Weil natürlich kämpfen. Ich hab jetzt nicht gesagt. Keiner weiß, wem das Wort Ketschen anstatt Kämpfen benutzt wird. ist gut dass man den einen auf fünf in einem ziel sieht nicht so aus da sind noch zwei monster okay ein bisschen mehr kämpfen ja in der folge ich sehe doch mal wie meine trainings montagen im aussehen kann man so spämen und angriffen das hier das hier schockt ich nicht ja anfällig kling ist ein angriff der ist gut x nova steigern sehr gut dann weiß ich nicht artkünstler diabolischer zorn lernt er bald alle techniken die zu lernen hat man erst jetzt sperren sturm stund donnerbeben auch schon sturm stund meister donnerbeben meister wie auch schon okay weiß nicht mehr da weg und das war nicht auf 800 gebracht habe dass man sperring sie gleich mal ein zeigender aussieht ja was aber hier weiß nicht kann man hier heilungseffekt kräftigen werkzeiten unter erstmal ihr so gewachsen damit ich ordnung erholungseffekte und unverwisserte lehrer verteidigungen gut war hier ist immer schwieriger 11 kp widerstand bis 30 prozent ja warum am stadt nicht warte mal du hast es noch gar nicht oder oder bloß ausbrechen minimal ist kaya roll und du hast noch ein traum hast du noch nicht pascal ja doch sperringst du komm mal her der angriff ist hat das wäre diese eine da haben wir sieben 23 ganz davon aus dann zieht er direkt kann man gar nicht so zwei direkt einsetzen ob das kann hast du jetzt warum nicht aber es ist ja wieder aufgetaucht kommt schon verdammt ja nein okay da gehen wir noch zurück und speichern weil ich habe meine fünf part für diese brauche aufgenommen erreicht und kohl habe ich sagen ich mache hier für heute feiern und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tales of grace ich bedanke mich aller herzlich fürs zuschauen und sage tschüss Ok k k Vielen Dank.